Mit dem Ball am Fuß bin ich? Schneller als mein Gegner. Mein größter Traum ist es? Dass Apfisco aufsteigt und ich noch mit 35 ein Jahr Bundesliga spielen kann. Mein Markenzeichen ist? Wenn ich schnell spiele. Auf eine einsame Insel würde ich mitnehmen? FIFA 14 und Fernseher. Wenn ich in Berlin feiern gehe, dann gehe ich? Da, wo es am lautesten ist. Die wichtigste Sache neben dem Fußball ist für mich? Die Familie. Mein unvergesslichster Moment in meiner Karriere war? Der erste Ausstieg mit Apfisco in der ersten Saison. Berlin ist die geilste Stadt, weil? Weil wir alles haben, außer mehr leider. Aber hier gibt es 24 Stunden immer Action League. Im nächsten Urlaub geht es nach? Nach Ghana. Vor der Kamera Fragen zu beantworten ist? Ungewohnt, aber immer wieder lustig.